Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Das Restaurant Kleines Haus in Ingolstadt verwöhnt seine Gäste mit deutscher Küche und saisonalen Speisen. Von deftigen Fleischgerichten über vegetarisches bis hin zu traumhaften Desserts. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Lassen Sie sich köstliche Spare Ribs, Steaks, einen Grillteller oder Fisch kredenzen. Variationen aus der italienischen Küche sowie Spezialitäten aus dem Balkan runden die vielseitige Speisekarte optimal ab. Darüber hinaus wartet das Gasthaus unter der Woche mit einer wechselnden Mittagskarte auf. Sie haben etwas zu feiern, ob Geburtstag, Taufe oder Firmen-Event. Das Team bereitet nach Absprache gerne ein individuelles Menü für Sie zu. Schönes Ambiente, sympathisches Personal sowie Top-Qualität zu einem fairen Preis. Das schätzen die Gäste vom kleinen Haus besonders. Auch von der Firmen-TV-Redaktion gibt es eine klare Empfehlung. Restaurant Kleines Haus. Fühlen Sie sich wie zu Hause.